Hallo und willkommen zu meinem Part von Havla Hier war ich schonmal Gut, ich suche nach einem Wissenschaftler Ich habe eigentlich nur den Typen verloren und kaum mehr Muni Ja, sehr erfolgreich Dann mein Garten Ja, was ist denn das? Na, warte Finger weg, das ist ein Prototyp Fuck Was ist denn das? Na, warte Finger weg, das ist ein Prototyp Nein, warum lassen wir das nicht? Was zur Hölle? Warum bin ich jetzt gestorben? Ja geil, ey Ach Gut, ich bin wieder ein bisschen angepisst So, nochmal Und speichern, weil sonst sterbe ich gleich wieder Ja, was ist denn das? Na, warte? Finger weg, das ist ein Prototyp Warum gehört es denn das Ding nämlich? Es ist viel zu unzuverlässig Hat die Tendenz zu überladen Was soll das sein? Es ist überladen Okay, eine neue Waffe Die kenne ich auch noch als Half-Life-Death-Match Glaube ich zumindest Ruhig gleich head aus Und heilen ja aha lektor nicht Oh, die Musik. Hallo. Geil aktiviert, oder? Ich muss das jetzt drücken. Was hat das jetzt getan? Gar nichts, oder was? Ich verstehe das nicht. Musste ich unten noch was machen? Aua. Hm. Nee. Ich habe keinen Plan. Ah, ich habe einen Röpst. Das ist an. Das hier habe ich ja auch schon gemacht. Okay, das ist nicht die Lösung. Was ist das mit dem machen? Oh, das ist mal. Oh, das ist mal. Oh, nice. Ja, ich check's nicht. Tut mir echt leid. Ja, ich versteh es leider nicht. Oh, Moment. Kannst du bitte... Ja, bitte. Danke. Ich hab keinen Plan, was ich tun soll. Habe ich hier was übersehen? Nee. Ich bin verwirrt. Ja, ich bin richtig verwirrt. Hm. Ja. Ja. Okay, ich, äh... Hab absolut keinen Plan. Ich werde nochmal rausgehen und hier gucken. Aber im Moment habe ich keine Ahnung. Die nerven. Die nerven. Nein. Ach, Mann. Toll. So. Da komm ich auch nicht rein. Und hier komme ich nur hier hin. So. Vielleicht muss ich das auch noch machen. Ich trinke mal was. Gut. Und ich stecke hier fest. Nein, tue ich nicht. Hier ist ja nichts. Und hier. Ich habe mich gerade echt erschrocken. Okay. Gut. Was auch immer das ist. Ja. Hier war dann die hier. Hier war ich auch schon. Der hier war auch sehr lustig. Ja. Hier oben war ja auch nichts. Nope. Und das hier ist auch nichts besonderes. Nee. Puh. Oh. Oh, ich hasse die Viecher, ne? Da ist auch nichts. Hier auch nicht. Und da lande ich doch wieder zurück. Also muss hier noch was sein. Weil ich nichts finde. So. Das ist an. Kann ich nicht wieder ausstellen. Das hier kann ich immer wieder drücken. Aber das bringt ja nichts. Ja. Ja. Ach, es hat nicht aufgehört. Es hat mir die Munition auch weggenommen. Okay, schön. Ja. Es muss jetzt sein. Sorry. Ich habe eh nichts gewonnen. Also von daher. Brauche ich die Kiste für irgendwas? Hm. Wieso kriege ich die denn? Ist das denn eine Laserstellen oder so? Ja. Das bringt ja auch nichts. Wo könnte ich denn eine Kiste bauen? Nee. Ey. Ich habe keinen Plan. Echt. Ja. Ich werde nachschauen. Kann man irgendwie auch pausieren. Also die Aufnahme meine ich. Ich habe nur die Kiste. Ja. Mh. Ey. Warum habe ich denn den Laser angemacht? Wo brauch ich den? Was bringt denn der Laser? Ich zeig das nicht. Ich hab glaub ich ne Idee. Wenn das die Lösung ist, bin ich echt sauer, weil darauf kommt niemand. Ich glaub die Kiste hat doch einen Grund. So ist gut. Alter. Was für ein Schwachsinn. Gut. Gut. Und jetzt? Da hin wahrscheinlich? Dann? Hier hin? Ja, okay. Das war tatsächlich so gedacht. Gut. Kann man drüber streiten, ob das so cool war? Ja. Okay. Okay. Gut. Gut. Gehen Sie vor. Na gut. Hier würden Sie wahrscheinlich nicht noch mal anders. Weiter gehe ich nicht. Ich bleibe hier. gut. Gut. Komm. Ich werde genau hier fassen. Ja. Ja. Komm. Ich halte Sie auf, nicht wahr? Also, dann los. Schon gut. Na gut. Na ich eine so große Belastung? Ne, wir gehen da lang. Wir bleiben und auch mal nicht Kollegen warten. Also, dann los. Ich bin Kollegen. Darum, lassen Sie mich hier. Ich bin nicht anerlen. Kommt. Oh ne, ist das richtig? Ich hoffe. Nein, 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 Quatsch. Was mache ich denn hier? Falsch. Zurück. Kommt. Ja, ich weiß. Kommt. Ich habe mich verlaufen. Kommt der bitte. Seid ihr tot? Hallo? Hallo? Was ist da echt hier? Komm. Ich halte eben dich mit. Geil. Sei uns das. Ja. quedar gerne juegos war. Ja. iziang hat ja. Ich schrite. Ich halte alles. 1971. kleinost. Eigung. Ich halte. Ich halte mich jetzt. Ich halte miche einen kleinen lag. Ich bin wirklich, nicht Create. so und wie es weiter geht beim nächsten mal